Hallo zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio. Ja, und ich habe da ja ein Video schon länger angekündigt. Und dann habe ich es verschoben und nochmal verschoben und nochmal verschoben, weil so ist halt das Leben. Man hat halt immer irgendein Thema, was so gerade ganz dringlich ist und darüber muss man dann mal so sprechen. Und dabei ist so dieses Video hier so ein bisschen verloren gegangen, denn ich hatte euch ja bei, als ich den Verstärker von New Prime getestet habe, da habe ich ja gesagt, ja, ich habe von New Prime auch den Wandler. Und die Wandler von denen haben einen mega guten Ruf und da werde ich auch noch drüber sprechen. Dann mache ich noch ein zweites Video und dann habe ich gesagt, ich mache das zeitnah. Ja, jetzt sind wir ein paar Wochen später, so viel zu dem Thema, zeitnah. Aber ich habe gedacht, komm, das musst du noch rechtzeitig zu Weihnachten machen, vor Weihnachten, damit ihr eure Hi-Fi-Händler alle noch nerven könnt. Aber man darf ja keine Gelegenheit, ne, ungenutzt lassen. Ähm, ja. New Prime Duck 9X, also der DA-Wandler. Ich habe für mein Verstärker-Video einen kleinen Rüffel vom Vertrieb gekriegt. Man könnte auch sagen, einen kreativen Hinweis. Alter, du redest eine Stunde lang über einen Vollverstärker, aber du fängst erst nach einer halben Stunde an, über den Verstärker zu sprechen. Wer soll sich denn so weit angucken? Ja, okay. Ich verstehe euch. Ich meine, ab und zu lese ich diese Kommentare schon auch unter meinen Videos. Ich könnte mal ein bisschen kürzer und knackiger, muss nicht immer eine Stunde sein. Ich gelobe Besserung, aber auch jetzt hier, zu dem Duck gibt es einiges zu sagen. Und ich will kein Video machen nach dem Motto, ja, ist super, ist Daumen hoch, ist approved, rennt los und kauft es. Das wird es von mir nicht geben. Also auch in Zukunft wird es so ein Video nicht geben. Und deswegen, lasst uns mal über DA-Wandler sprechen. Wenn ich so anfange, ist ja schon klar, jetzt holt er ganz weit aus. Nee, aber jetzt im Ernst. So, DA-Wandler. Bei DA-Wandlern gibt es für mich so zwei Kategorien. Die eine Kategorie DA-Wandler ist die, die halt einfach versucht, ich versuche hier einen Sound auf die Beine zu stellen, der so analog klingt, wie es irgendwie möglich ist. Ich versuche einen DA-Wandler zu machen, der einfach möglichst nah an einem Plattenspieler dran ist. Da ist Fraktion 1. Fraktion 2 ist, ich versuche einen DA-Wandler zu bauen, der ist so detailliert und so auflösend und so detailreich, wie es irgendwie geht. Information, Information. Ich will ja nur darstellen, was auf der CD ist und da möchte ich aber auch jedes Bit sozusagen aus der Rille kratzen. Mir persönlich geht es so, dass die zweite Fraktion kann ich nicht ertragen. Das sind für mich alle so irgendwelche komischen Kreischnummern, die mich nach spätestens zehn Minuten so abnerven, dass ich keine Lust mehr habe, Musik zu hören. Das finde ich alles ganz fürchterlich und das geht gar nicht. Und diese, ich tue so, als wäre ich eine Plattenspieler-Fraktion, das ist eigentlich so die Geschichte, mit der ich gut Musik hören kann. Wo ich denke, ja, das klingt doch schön, das klingt angenehm, ja, das klingt natürlich immer noch nicht wie eine Platte, aber da kommt Musik raus. Da kommen nicht Details raus, da kommt Musik raus. So, und ich sage immer, ich habe ja im Zusammenhang mit Wandlern schon öfter gesagt, ich finde so einen Gedanken von Röhren-DA-Wandlern oder Röhren-CD-Playern finde ich ganz gut. Und die zahlen ja genau auf dieses Konto ein. Das ist ja, man versucht halt, das Signal irgendwie analog zu machen. Ja, so ganz banale ausgedrückt. Ich versuche da irgendwie so einen Equalizer drüber zu legen, der das analog klingt. Ob ich das jetzt mit Röhren mache oder wie immer ich das anstelle, aber das ist sozusagen der Gedanke. So, und ich könnte diesen Test jetzt extrem kurz halten, indem ich einfach sage, ja, okay, der New Prime ist so ein Ding, das ist halt Fraktion. Analog Sound, könnt ihr kaufen, Daumen hoch, approved, let's go. Und dann wäre der Test auch schon vorbei, weil da gäbe es mir ja nichts zu zu sagen. Wenn ich einen Testbericht machen würde, zum Beispiel über einen Cambridge-DA-Wandler oder Cambridge-CD-Player, dann würde weitestgehend so aussehen, weil die genau das tun. Die versuchen einfach ein Signal herzustellen, wenn es so analog klingt, wie es irgendwie geht. Und es ist dann auch schön und da kann man nachhaltig und lang mit Musik hören und super. Aber da gibt es auch nicht ernsthaft richtig viel zu zu sagen, weil, ja, es ist halt ein Equalizer, fertig. Es ist halt ein digitaler Equalizer, mehr oder weniger. Das ist sehr despektierlich. Damit werde ich den Cambridge-Leuten auch nicht gerecht. Aber, ja, da ist irgendwie so eine klare Sound-Signatur, ist da in das Gerät eingebacken. Das ist eine Sound-Signatur, die ganz viele Leute auch echt gut finden. Und wer so eine Sound-Signatur mag, der kauft das und der wird auch zufrieden sein. Der kriegt genau das, wofür er da zahlt. Der Noob Prime spielt so nicht. Überhaupt nicht. Der Noob Prime spielt weder in der Fraktion, ich tue so, als wäre ich analog. Der spielt aber auch überhaupt nicht in der Fraktion, ja, jetzt hier Details, bis Blut kommt. Und, ja, der macht schon Details, der macht das aber auf eine ganz andere Art und Weise. Weil ich ja nicht gerne so von Hölzken auf Stöcksken komme. Wer von euch hat Ratatouille gesehen? Ich denke, das passt jetzt zum Thema der Wandler. Habt ihr Ratatouille gesehen? Da gibt es so einen Restaurant-Tester und der ist total ausgemergelt und so. Eigentlich isst der total gerne, aber der hat schon so viel verschiedenes Zeugs gegessen und irgendwie der Kick fehlt ihm. Das Essen, was er so aus seiner Jugend kennt, das kriegt er nicht mehr. Und deswegen ist er so ausgemergelt. Und dann irgendwann isst er halt ein Ratatouille und ist mit dem ersten Bissen komplett zurückversetzt in seine Jugend. und denkt, ja, das schmeckt wie das Ratatouille von meiner Oma. So ein Instant-Schlüsselding, wo man so sagt, so, wow, wow, das hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist ein Klang-Eindruck, den hatte ich schon lange nicht mehr. Oder im Fall von Ratatouille, halt ein Geschmackseindruck, den hatte ich schon lange nicht mehr. Und genau das ist mir mit dem New Prime passiert. Angeschlossen, und der klingt völlig anders, als das, was man heute so im Digitalbereich kennt. Halt, wie gesagt, Fraktion Soft-Analog klingt, oder Fraktion Details, 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 die Triangel muss noch brillanter werden. Das ist ja so die A-B-Frage. Und woran ich mich direkt, aber auch bei den ersten Takten schon, beim New Prime erinnert gefühlt habe, ist, kennt ihr die alten Geräte von Vadia? Vadia hat halt auch so in den, ich sag mal in den 90ern, ich glaube mal so Anfang, Mitte der 90er, waren die unglaublich stark. Da hat Vadia richtig so dieses Digitallager gespalten, weil die überhaupt nicht so klangen, wie die bis dato sozusagen existierenden Digitalgeräte. Die hatten einen völlig eigenen Sound, ganz eigene Kiste. Da sitzt man davor und fragt sich nicht, ist das analog oder digital? Das ist einfach was anderes. Und die Philosophie war so ein bisschen so analog und digital, das ist so Äpfel mit Birnen vergleichen. Und alle versuchen irgendwie jetzt eine Birne zu züchten mit Apfelgeschmack. Was natürlich nie wirklich gelingen wird. Wieso versucht man nicht einfach mal eine möglichst leckere Birne zu machen? Alle, die Birnen hassen, werden das natürlich nach wie vor hassen, die verlieren wir. Ja, aber grundsätzlich mal irgendwie eine leckere Birne zu machen, als eine Birne auf Apfelgeschmack zu trimmen, muss so ein erfolgsversprechendes Konzept sein. Und im Fall jetzt mal wieder, Polizei, da, 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 kennt man ja bei meinen Videos schon, ja, so ist das halt. So, das muss so ein erfolgsversprechendes Konzept sein, einfach mal eine leckere Birne zu machen, anstatt eine Birne mit Apfelgeschmack. So, und das hat damals die Musikfraktion ziemlich stark gespalten. Es gibt Leute, wenn ich denen sage, Wadia ist toll, dann kommt bei denen original Dampf aus den Ohren. Ja, dann denken die so, Wadia ist der letzte Mist und da ist fürchterlich und da kann man ja überhaupt nicht mit Musik hören und ganz schlimm und bah, ekelhaft. Richtig so, richtig Dampf aus den Ohren. Also, und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, ja, Wadia ist mega geil. Mit Wadia hat er, da habe ich Spaß digital zu hören, weil die einfach was völlig anderes daraus machen. Die versuchen nicht analog zu sein, nein, die versuchen das Beste aus digital zu machen. Genau so, genau, oder nicht genau so, weil ich gesagt genau so, es denkt ja alle, ja, New Prime für 1400 spielt wie ein Wadia für 10 Mille. Das war ja richtig teures Zeugs damals. Das wäre, das ist Quatsch. Aber die Assoziation ist unmittelbar da. Der Witz ist, was kommt dabei rum? Also, was hat so ein Wadia denn anders gemacht, jetzt mal klanglich? Und was macht der New Prime anders, klanglich als die Geräte, die man so kennt? Der New Prime ballert eine Dynamik in den Raum. Der schnallt die richtig in den Raum. Das ist unschreckbar, wie der wirklich, auf was für einem Niveau der lospölt. Es ist einfach so, was? Was? Ich habe hier eine meiner Lieblingsscheiben, Markus Miller, live in Monte Carlo. Markus Miller, wer den kennt, Bassplayer, der slappt halt irgendwie viel. So, genialer Bassist. Und der schlägt auf seinen Bass drauf. Und der trifft die Seite, einfach mit dem New Prime trifft der die Seite volles Brett. Und er hat nicht nur so halb, nicht nur mit der Daumenspitze, sondern so richtig so genau drauf. Genau auf die 12. Und man hört einfach die Spannung, die in der Seite ist. Man hört das Material von der Seite, dass das halt so eine Stahlseite ist. Man hört die Spannung, die da drin ist. Und ich überziehe jetzt mal völlig und übertreibe völlig. Man hat den Eindruck, ich höre sogar die Spulen im Tonabnehmer. So. Es springt einem richtig entgegen. Volles Brett. Da ist nix irgendwie, die Frage ist, ist das jetzt schön gefärbt oder ist das nicht schön gefärbt oder was für einen Sound hätte. Das ist eine Frage, die stellt sich da überhaupt nicht. Weil das einfach so unmittelbar in your face ist, dass man so denkt, so, was? Das ist ja krass. Dann ist mal ein anderer Digitalsound. Dann ist das eine Ding, wird einem so unmittelbar entgegenspritzt. Und das andere ist, der Timing von dem Ding. Der klingt halt kein bisschen lahm. Oder der ist halt einfach, Timing ist ja immer, da wird es ja immer total blumig von der Sprache. Und dann, ja, das geht immer, wenn man so Timing-Sachen beschreibt, driftet das in so einen komischen Esoterik-Bereich ab. Weil ich finde das sprachlich unglaublich schlecht zu fassen. Aber es ist, der ist nicht langsam, der ist nicht langweilig, der ist nicht träge. Da eiert die Musik nicht hinterher. Der ist einfach, ähnlich wie ich das beschrieben habe bei Plattenspielern. Wenn ich einen Riementriebler gegen einen Direct Drive vergleiche. Da hat man einfach bei dem Direct Drive das Gefühl, die Musik marschiert richtig los. Genau das Gefühl stellt sich bei einem New Prime auch ein. Das hat unglaublich Rhythmus und hier geht es nach vorne. Und das ist eigentlich so ein Effekt, den man hat. Es gibt ja relativ viele Leute, die so höherwertigere Digitalgeräte bauen. Die dann sehr viel Augenmerk darauf legen, dass das vernünftig geglockt ist, die ganze Geschichte. Also da ist ja so eine Uhr drin, so ein Taktgeber ist in so digitalen Geräten drin. Und natürlich, wie alles im Leben, die gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen natürlich. Und je hochwertiger so Geräte gebaut werden, desto mehr fokussieren sich viele Entwickler auf diese Clock, die das Takt-Signal vorgibt. Weil die halt sagen, ja, ab einer gewissen Liga spielt das einfach eine unfassbar große Rolle. Das ist bei einem 100-Euro-CD-Player vielleicht egal. Aber wenn man dann, je besser der Kram wird, desto stärker wird die Bedeutung von diesen Taktgebern, die das synchronisieren, den ganzen Kram. Und beim New Prime hat man das Gefühl, ja, da muss eine unglaublich hochwertige Clock drin verbaut sein. Ja, weil das einfach so, das ist so augenscheinlich. Das ist ja einfach vom ganzen Rhythmus her, ist ja einfach so richtig auf den Punkt. So, und dann habe ich gedacht, na gut, das musst du vorher checken. Weil wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, da ist eine super Clock drin verbaut, und die ist da gar nicht drin, da ist irgendein 0815-Feldwald-Wiesen-Clock, dann sagt natürlich jeder, ja, ja, hier, Käpt'n-Goldohr, hört wieder das Gras wachsen und eine Einbildung ist auch eine Bildung und so weiter. Da kriege ich jeden doofen Spruch, den man sich so vorstellen kann. Bitte, am besten überprüfe sie das vorher mal, ob das auch stimmt, was du da sagst. Und das stimmt gar nicht. Und das ist ja erstaunlich, weil ich sitze ja davor und ich höre das. Und ich denke, ja, da ist aber super der Timing, ist der Hammer, wo kommt denn das her? So, und das war dann der Moment, wo ich angefangen habe, mich intensiver mit diesem Gerät auseinanderzusetzen. Wie ist das gebaut? Also warum klingt das, wie das klingt? Wieso klingt das so anders? Irgendwie müssen die da grundsätzlich einen anderen Weg einschlagen. Sonst käme da nicht der Sound raus, der da rauskommt. Wie gesagt, das ist nicht dieses typische entweder so oder so Ding, was man bei Digitalgeräten halt hat. Das ist anders. Warum ist das so? So, und da wird relativ schnell klar. Der Trick, den die da machen, ist, die nehmen das Digitalsignal. Also die denken einfach, diese ganze Digitalsektion denken die neu. Ja, das ist sozusagen, das ist der Trick, den die auf Lager haben. Fast alle Digitalgeräte, wenn die besser, besser und besser werden, wird eigentlich alle Hersteller machen, ist, ja, ich baue jetzt ein aufwendigeres Netzteil da rein, ich baue aufwendige Ausgangsstufen da rein, ich baue eine aufwendigere Clock da rein. Und so, ja, da wird einfach sozusagen das Problem mit mehr Materialaufwand beworfen. Und natürlich funktioniert das auch. Also es ist jetzt nicht so, als würde das nicht gehen. Das geht. Aber das ursächliche Problem, nämlich, ja, das Digitalsignal ist vielleicht nicht so dolle. Das ist ein Problem, was keiner wirklich adressiert. Ja, da werden halt überall die gleichen, mehr oder weniger die gleichen DA-Wandlerchips reingeworfen. Wenn man da jetzt so eine total fancy Firma hat, dann vielleicht, ja komm, wir nehmen jetzt keinen aktuellen DA-Wandler, sondern wir nehmen einen aus den 80ern, weil der klingt ja noch viel analoger. Ja, ja, ist alles gut, ist alles schön, kann man auch alles machen, spricht nichts gegen. Ich habe da nichts gegen, das mit so zu tun. Ich finde die alten Philips-Wandler auch gut. Das ist nicht das Ding. Aber das ist meines Erachtens ein grundsätzliches Problem verwalten und nicht, ich gehe mal ein grundsätzliches Problem ursächlich bei der Wurzel an und schaue da mal am absoluten Ausgangspunkt. Kann ich hier vielleicht schon verändern, was mich dann in komplett anderes Fahrwasser bringt. Und genau das hat New Prime gemacht. Die haben ganz am Anfang, bei der 0 und der 1, da haben die angesetzt. Und gesagt, hier läuft es schon aus dem Ruder. Hier müssen wir eingreifen. Wie machen die das? Oder was tun die da? Die wandeln das Standard-Digitalsignal 44.1, wandeln die um in ein anderes Format. Und zwar das Format, was man von einer SACD kennt. Denn eine SACD schreibt ein digitales Signal vollkommen anders, als das alle anderen digitalen Quellen tun. Das ist eine ganz andere Art, die Musik zu beschreiben. Ich nenne das mal so. Falls ihr irgendjemanden kennt, der einen SACD-Player hat, das ist doch egal, was der für ein Gerät hat. Wenn ihr jemanden mit einem SACD-Player auf diesen Player anspricht, dann ist das Erste, und das sagen euch wirklich alle, die so ein Ding haben. Querbeet, egal, was die für einen Musikgeschmack haben oder, oder. Spielt keine Rolle. Das Erste, was ihr euch alle übereinstimmend sagen, ist, ja, SACD ist Hi-Res. Das ist aber nicht das Hi-Res, was du vom Streaming kennst. Das ist ein ganz anderes Hi-Res. Das hat damit nichts zu tun. Wenn du an, ich sag mal, 192 Kilohertz Streaming-Kram und so, das ist ja auch, das ist ja alles Hi-Res. Das klingt vollkommen anders, als eine SACD. Ja, Unterschied Tag und Nacht. Hi-Res ist nicht Hi-Res. Oder in dem Fall ist Hi-Res nicht Hi-Res. Das ist eine komplett andere Technik, die dahinter steht. Der Unterschied, ich versuche das mal technisch so einfach zu erklären, wie es geht. Und damit dann auch die Leute was zu tun haben, die immer über meine technischen Erklärungen spotten. Ja gut, ich bin kein Digitalexperte. Ich versuche mein Bestes. Normales Digitalsignal. Wird sozusagen entsprechend der Sampling-Frequenz in, ich sag jetzt mal, in einzelne Scheiben zerschnitten. Ja, sagen wir mal, ich hab 44 Kilohertz Sampling-Frequenz, da wird eine Sekunde Musik, wird in 44.000 Einzelteile zerschnitten. Und bei jedem Einzelteil wird geguckt, und zwar immer vom Nullpunkt aus, aus einer Nulllage. Wie laut ist, auf welcher Frequenz, welches Signal gerade. Ja, und da wird jetzt gesagt, keine Ahnung, hier haben wir bei Zeitmarke so und so, sagen wir mal 50. Und jetzt gehe ich ein 40 Tausendstel weiter, und wie ist jetzt das nächste Jahr, das ist jetzt bei 51. Alles klar. SACD funktioniert so nicht. SACD guckt immer, wo bin ich, und also wo ist mein aktueller Audio-Pegel, mein Audio-Zustand, und welche Veränderung habe ich jetzt von hier aus gesehen. Also die würden den nächsten Step nicht als 51 beschreiben, sondern als aktuelle Position plus 1. Ja, wird das klar, wie ich das meine? Unser klassisches Digital-System funktioniert so, dass man immer vom Nullpunkt aus guckt, wie weit entfernt sich jetzt das Signal. Wo bin ich da? Wo ist mein Signal in Relation zum Nullpunkt? Und bei SACD wird das Signal beschrieben, wo befindet sich das im Verhältnis da, wo ich gerade bin. Das ist der Unterschied. Das ist ganz grob, ganz laienhaft erklärt von jemandem, der sich mit Digitaltechnik nicht richtig auskennt. Also nehmt das so ein bisschen mit, mit Spaß sozusagen. Die Sache ist, die Art und Weise, wie SACD das beschreibt, ist viel näher an einer analogen Beschreibung. Das ist viel näher an dem, wie analoge Technik funktioniert. Ja, weil eine Plattenspielernadel schnallt es ja nicht immer wieder zum Nullpunkt zurück und schnallt es dann vom Nullpunkt aus gesehen wieder in die Dimension, wo sie dahin muss, sondern es wird sozusagen immer auf- und abmodelliert. Das ist immer die Frage von plus 1 oder plus 2 oder plus 5 oder minus 1, minus 2, minus 5. Aber es ist immer sozusagen, wo bin ich und was ist die Veränderung zu dem, wo ich mich gerade befinde. So funktioniert analog. Und das ist auch im Prinzip digital umgesetzt der Gedanke von SACD. So. Der brachiale Nachteil davon ist, ich erzeuge damit keine kleinen Dateien. Ja, also das ist ein ziemlich datenaufwendiges System. Ja, das ist viel Datenmüll, der da einfach anfällt. Also deswegen geht halt so eine SACD halt auch nicht auf eine normale CD zu pressen. Das ist halt einfach irgendwie mehr. Und deswegen ist SACD-Qualität oder dieses SACD-Verfahren nicht besonders gut zum Streaming geeignet, weil da muss ich ja alles übers Netzwerk schieben und so weiter. Viel Datenmengen. Das juckt mich natürlich bei einem Wandler kein bisschen. Ja, weil die Datenmengen, die der intern erzeugt, die erzeugt der ja nur für den Zeitraum des Buffers. Ja, also wenn der Buffer sozusagen, wenn das einmal abgespielt ist, ich sage das jetzt mal doof und vereinfacht, wenn der Ton abgespielt ist, kann er auch gelöscht werden. Und wenn ich das nächste Mal an die Stelle komme, generiere ich den Ton halt wieder neu und spiele den ab und dann kann ich ihn löschen. Also ein Datenproblem taucht sozusagen im Wandler nicht wirklich auf. Ich muss das ja nicht abspeichern oder so. So, aber ich bin da halt in einem Fahrwasser. SA-CD, SA-CD Sound. Ich gestalte das Signal vollkommen neu. Ich mache aus einem Signal ein ganz anderes. Jetzt könnte man sich fragen, ja, warte mal, aber das ist ja jetzt auch ein Equalizer-Effekt. Oder das ist ja, die zwei Fragen ergeben sich. Ist das nicht auch ein Equalizer? So, das wäre Frage 1 und Frage 2 wäre, ja, aber das ist doch im Endeffekt genau das Gleiche. Also, ob ich jetzt sozusagen 51 beschreibe als 50 plus 1 oder als 0 plus 51, ist ja im Endergebnis genau das identische Ding. Allein durch die Feststellung, das ist ja im Endeffekt genau das identische Ding, glaube ich, beantwortet schon die Frage von, ist das ein Equalizer? Nein, Equalizer ist das nicht. Die Daten sind die gleichen. Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Die Frage ist nur, wie komme ich auf diese 51? Weil wenn ich sozusagen im digitalen Bereich kann ich ja jeden beliebigen Sprung darstellen, wie ich den möchte. Aber das kann ich ja elektrisch nicht. Ja, versteht ihr, was ich meine? Im digitalen Bereich kann ich hingehen und sagen, der eine Wert ist 0 und der nächste Wert, der eine 40.000 später kommt, ist plus 100.000. Digital ist das egal. Elektrisch ist das aber nicht egal. Weil das natürlich, ja, da habe ich Flankensteilheiten und so weiter und so fort und so einen Sprung kriege ich elektrisch gar nicht geregelt. Na, guckt euch mal an, wie so Flankensteilheiten in Verstärkern aussehen und so weiter. Was da passiert bei, wenn ich so ein Rechtecksignal auf den Verstärker draufgebe, das kriegt keiner als Rechteck wieder hergestellt. Da gibt es unterschiedliche Fehler, die da irgendwie auftauchen können und die unterschiedliche Verstärkerkonzepte machen. Aber egal, wie ich es baue, ein Rechteck ist es nicht. Und dann ist halt so ein bisschen die Einschränkung sozusagen, wenn ich von der digitalen Welt in so eine elektrische Welt komme. Bei der Elektrik gibt es halt irgendwie Laufzeiten und so weiter und so fort. Ich kann elektrisch keine beliebige Flankensteilheit machen. Und da fängt es dann an, sozusagen Sinn zu machen, zu sagen, naja, plus eins kann ich easy darstellen. Plus 51 wird mir wahrscheinlich schon schwerer fallen, das darzustellen. Dann ist sozusagen, deshalb Grundkonstrukt, und ich glaube, da habe ich viel falsch erzählt, weil wie gesagt, ich bin kein Digitalexperte. Ich glaube, jemand wie Hans Beekhuysen oder so könnte das bestimmt noch mal besser erklären. Aber nehmt das mal so als grobes Grundgerüst der ganzen Geschichte. Das eine Signal ist einfach analoger, sozusagen, das ist analoger in der Form von, jetzt nicht soundtechnisch, sondern in der Art und Weise, wie es niedergeschrieben wird. Und dadurch ergeben sich einige Vorteile. Und da dieses Signal aber komplett neu erzeugt wird, eigentlich waren wir ja beim Timing, erinnert euch, ich habe vorhin angefangen, über das tolle Timing von diesem Ding zu sprechen. Und der muss bestimmt eine super Clock drin haben, der diesen Effekt hat. Ne, hat er nicht. Braucht er auch nicht. Weil der das gesamte Signal neu kreiert, neu taktet und das ganze Ding mit einer kompletten neuen Clock versieht. Das ist der Witz dabei. Und deswegen ist sowohl die Dynamik als auch das Timing so unscheckbar anders als das, was man kennt. genau das ist der Trick. Der Trick ist einfach nicht, bau noch ein größeres Netzteil ein, bau noch bessere Ausgangsstufen ein, bau noch eine bessere Clock ein, sondern der Trick ist, schau dir dieses Digitalsignal an, mach aus dem Digitalsignal, versuch das mal irgendwie aufzuarbeiten in der Art und Weise, dass ich von den ursächlichen Informationen, die auf einer CD drauf sind, ich sozusagen, wenn ich den Schritt mache von der digitalen Welt in die elektrische Welt, dass ich da möglichst viel rüber rette. Das ist die Idee. Und das war auch so ein bisschen Wadia-Idee. Ich habe keine Ahnung, ob die in irgendeiner Form verbunden sind, also ob jetzt irgendwie Ex-Wadia-Leute vielleicht bei New Prime jetzt sind oder so, keine Ahnung. Vorstellen könnte ich mir das, weil das einfach so so unscheckbar, so eine unfassbar starke Assoziation da ausgelöst wird, wenn ihr das hört. Das ist aber genau der Grund, warum ich nicht sagen kann, ja das ist eine eindeutige Empfehlung oder ist keine Empfehlung. Wie gesagt, bei Wadia war es so, das hat wirklich die Musikhörer gespalten. Es gibt Leute, die finden das ganz gruselig und die können das nicht ertragen und die können damit nicht Musik hören und sagen, bah. Und es gibt die andere Fraktion, die sagt, mega, mega, so geil habe ich digital noch nicht gehört. und die Entscheidung, die kann ich euch nicht abnehmen. Da kann ich euch nicht sagen, macht es oder macht es nicht. Da müsst ihr wirklich zum Händler wackeln und euch die Geschichte anhören. Und ich empfehle euch auch tatsächlich zum Händler zu gehen, weil jetzt kommt sozusagen Step 2 und das ist jetzt ein bisschen unfair, was ich mache, aber trotzdem, wenn ihr euch auf den Weg macht, um überhaupt euch zum Händler zu bewegen, dann nutzt es, dass ihr vor Ort seid, weil es gibt diesen Wandler nochmal eine Nummer größer. Das ist dann die New Prime AMG Serie. Und diesen digitalen Gedanken ist in der AMG Serie genauso drin. Da unterscheiden die sich nicht. Aber in der AMG Serie ist dann zusätzlich das, was alle anderen halt auch machen, auch fabriziert. Nämlich, wir bauen jetzt hier eine komplett voll diskrete Ausgangsstufe rein. Wir machen das Netzteil nochmal irgendwie dreimal so aufwendig. Wir machen jetzt hier nochmal eine wirklich gute Clock rein. Die ganzen Stellschrauben, die alle Hersteller so drehen, um die Sachen besser zu machen, das macht die AMG Serie gegenüber dem auch nochmal. Der Digitalpart ist identisch, aber dann die gesamte Peripherie drumrum ist nochmal eine Nummer aufgeblasen. und ich habe den nicht gehört. Ich kann euch also nicht sagen, der AMG klingt im Vergleich so und so, aber ich sage euch, wenn ihr zum Händler geht, um euch den anzuhören, fragt den Händler, ob er den AMG da hat und hört den im Vergleich. Ich kann mir vorstellen, dass sich das echt lohnt, dass sich das wirklich lohnt. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das eben euch jetzt nicht irgendwie per Online-Shop kommen zu lassen, sondern wenn ihr einen New Prime Händler in eurer Nähe habt, geht da hin und hört euch das wirklich mal vor Ort an. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein monströser Sprung nach vorne ist. Weil das ist, was alle machen. Da ist einfach nicht das Geheimnis. Wieso wird das besser? Wenn ich von einem integrierten Schaltkreis auf eine komplett diskrete Schaltung wechsle, dann wird das besser. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn ich das Netzteil doppelt so aufwendig und doppelt so groß mache und noch in analog und digitale Sektionen trenne, dann wird das besser. Da brauche ich nicht drüber reden. Das ist einfach klar. Wenn ich eine bessere Glock einbaue, dann wird das besser. Das ist klar, da brauche aber natürlich der kostet auch einen Schluck mehr. Also der kostet einen ordentlichen Schluck mehr. Ich glaube der kostet dann fast das Doppelte. Das ist die Frage, ob ihr sozusagen bereit seid das auszugeben. Aber ich empfehle euch, hört euch das an. Weil ich sage es mal, der DAG9 der ist preislich, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, der ist so in der 1400 Euro Klasse, 1450, 1490, irgendwie so in die Kante. Ich habe die Preisliste nicht vor mir. Und ich finde, der klingt super gut, ich finde, der ist voll wert, den hat man nicht eine Mark überbezahlt. Aber es ist möglich, dass der AMG einfach so richtig der Bein draufsetzt. ich kann mir vorstellen, viele von euch gucken aufs Geld und sagen, 1400 ist eigentlich schon deutlich über den, was ich für einen Wander ausgeben möchte. Aber es gibt halt einfach auch viele, 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 mit denen ich so spreche, die sagen, ja, das 1400 tut mir jetzt nicht wirklich weh und wenn ich jetzt 3000 ausgebe, ist das auch nicht, ja, natürlich gebe ich lieber 1400 aus als 3 Mille, aber ernster wehtun tut mir das auch nicht. Und wenn das krass besser ist, dann würde ich dann potenziell eher wirklich bessere Dinge nehmen. und ja, ich bin der Meinung, geht zum Händler, fragt den, ob er das da hat, hört euch die im Vergleich an. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein dramatischer Sprung sein wird. Ja, unfaires Ding, ne, über das nächst größere Gerät zu sprechen, wenn ich eigentlich über den Dac 9 sprechen möchte. so, ich finde einfach, man, als ich gelesen habe, sagen wir es so, ich sage das, weil als ich gelesen habe, wie der AMG gemacht ist, sind bei mir die Mundwinkel komplett nach oben gegangen und ich habe gedacht, oh, dann ist aber schick. Dann ist so, dass da auch Thorsten seinen Stempel drauf setzt und sagt, oh, nice, ja, bitte. Und deswegen finde ich, das muss man irgendwie erwähnen. So, ein weiteres Ding, ich spreche ja nicht gerne über Ausstattung, das ist ja einfach echt nicht meine Baustelle, das Klang ist meine Baustelle, aber Ausstattung nicht. Trotzdem muss ich hier auch einen Moment mal über Ausstattung sprechen, weil, was sehr cool ist an dem New Prime ist, man kann den auch als Vorstufe benutzen. So, das, aber ihr seht es ja schon auf dem Bild, das Ding hat einen Volumenregler und das hat einen Inputregler. Und ich sage jetzt nicht, das ist die tollste Vorstufe der Welt, versteht mich da jetzt nicht falsch, aber das hat die wesentlichen Funktionen dran, um es als Vorstufe benutzen zu können und zwar inklusive einem analogen Eingang. Ja, also da in dem Ding steckt tatsächlich, weil der ja ohnehin alles irgendwie umwandelt in sein SACD-Format, kann er natürlich auch eine analoge Quelle umwandeln. ist das super. Ganz ehrlich, als analog Mensch, ich würde da jetzt nicht einen High-End-Plattenspieler dran klemmen. Da würde ich dann sagen, ja, warte mal, vielleicht nicht. Also vielleicht möchte ich dann doch eine vollwertige Vorstufe haben. Ja, aber wenn ich sage, hey, ich habe hier einen Plattenspieler stehen, ja, den schmeiße ich ab und zu mal an. So Weihnachten wird der irgendwie entstaubt und angeschmissen, um da ein paar Weihnachtsplatten drauf zu hören und so ab und zu lege ich halt mal eine Schallplatte auf, weil ich finde dieses Vinylgewickel schon irgendwie ganz nett, aber ja, aber jetzt so in Ernsthaft höre ich digital und nicht analog. Ja, so in so einer Größenordnung, sage ich, schließt das daran an, wunderbar. Ja, wenn ihr so einen Plattenspieler habt mit eingebautem Phono-Vorverstärker, so die Liga, Plattenspieler, wo noch ein eingebauter Phono-Vorverstärker verbaut ist, die könnt ihr da bedenkenlos dran anschließen. Das ist kein Problem. Wenn ihr wirklich hochwertiges habt, ja, okay, dann wird es dann eng, weil ihr macht dann aus eurer analogen Quelle eine digitale Quelle, da muss euch klar sein. So, aber wie gesagt, er hat die Option, ich kann ein analoges Teil dran anschließen und gleichzeitig, was er auch hat, der hat halt eine Million digitale Eingänge. Da kann ich halt wirklich jeden Kram irgendwie dran anschließen. Der hat optisch, der hat SBDIF, der hat USB, der hat jeden Kram. Ja, also, so, und diese Quellen kann ich halt vorne an dem Input-Selector auch durchschalten. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen, man kann seinen Streamer dran anschließen, man kann aber gleichzeitig auch seinen CD-Player dran anschließen, wenn der einen digitalen Ausgang hat, oder man kann seinen Computer dran anschließen, oder was auch immer. so, und, wie gesagt, ich kann das durchschalten und ich kann das im Volumen halt regeln. Volumen regeln bei einem, bei einem Streamer ist natürlich so ein bisschen überflüssig, weil, da kann ich den Streamer ja auch Volumen regeln, aber ich sag mal, bei einem CD-Player ist das ja schon nicht der Fall. Wenn ich einen Digitalausgang von einem CD-Player benutze, der ist, meistens ist der ungeregelt, das geht einfach nur eins zu eins durch das Signal und wir da sehen. und da ist das schon praktisch, dann an dem DA-Wandler einen eigenen Volumenregler dran zu haben, der auch wirklich schön funktioniert. Das habe ich ja bei dem Vollverstärker schon gesagt, so die ganze Verarbeitungsqualität, da würde man nicht zwingend drauf kommen, dass das ein Amerikaner ist. Also das ist schon, das ist sexy, ganz ehrlich, das ist sexy, das ist hochwertig, das sieht gut aus, das ist einfach schön. Ich finde diesen Formfaktor, den finde ich, ja, der begeistert mich halt irgendwie extrem. Ich gebe nicht viel Wert auf Optik, aber der Formfaktor begeistert mich, das muss ich schon sagen, weil der halt so schön außergewöhnlich ist, der erinnert mich einfach auch so ein bisschen an die gute alte Zeit, wo die Missions und die Nitex und die Names und die Onyxe und was das alles gab, die hatten ja alle immer so kronkelige, komische Zwischenmaße. Und daran fühle ich mich immer so ein bisschen erinnert, wenn ich so diese New Prime Sachen hier vor mir stehen sehe, denke ich immer, ja, sexy Zeug. Aber wie gesagt, das sollte nicht der ausschlaggebende Faktor sein, wie das aussieht. Aber es ist schön, es ist hochwertig gemacht, es ist völlig klasse. Ja, dazu zum Thema Ausstattung. wie gesagt, ich finde diese, ich würde das jetzt nicht als irgendwie die Vorstufe des Jahres bezeichnen, weil das ist es sicherlich nicht. Ich finde, es ist aber ein cooles Ding, da sind wir wieder bei den Leuten, die halt sagen, nee, ich muss auf eine Mark gucken, ich muss gucken, was ich hier an Kohle ausgebe, ich kann das nicht einfach so rausballern. Und, ja, das, ich kann mir da erstmal die Vorstufe schenken. ich bin ohnehin Digitalhörer und jetzt kann ich das einfach an eine Endstufe anschließen, ich benutze den DAC als meine Vorstufe, da kann ich auch noch eine analoge Quelle mit dran anschließen, wunderbar, das macht genau das, was ich haben will. Und ich spare mir ein Gerät. Und unter dem Aspekt sehe ich das. Und unter dem Aspekt, finde ich, ist das schön gemacht. Man kann diesen Vorstufen-Part da irgendwie abschalten, aber da der eh digital ist, halte ich das für ziemlichen Quatsch, den abzuschalten, weil das ist ja dann nur sozusagen der digitale Impuls, der da gesagt wird, ja, setz mal die Lautstärke auf 99, was die normale, die maximale Lautstärke da ist. Ob ich vorne an dem Drehregler sage, mach auf 99, oder ob ich das mit einem Schalter den digitalen Bit umlege, da ist, er schließt sich für mich nicht so ganz, warum man das macht. Ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus dem Gedanken, wie man das damals hatte mit diesem, diese Direktschaltung. Kennt ihr das noch, wo man sozusagen seine ganzen Klangregelungen und so weiter abschalten konnte, da konnte man so einen Direktschalter drücken und dann angeblich wurde es dann viel besser. Ich fand nie, dass es besser wurde. Also ich habe immer gedacht, ja, ob ich die Klangregelung auf 0 stelle und ob ich dann direkt drücke oder nicht, irgendwie ändert sich der Klang gar nicht. So ist das da auch. Den Schalter hätte man sich meines Erachtens, ja, das ist, ich glaube, den hat die Marketingabteilung da eingebautet. Ich glaube nicht, dass das von einem Techniker ausgegangen ist. Sagen wir es mal so. Ja, damit komme ich auch, meine Damen und Herren, damit komme ich zum Ende meines heutigen Tests und ihr guckt mal, wie kurz das geworden ist. Kurz und knapp, das ist ja quasi ein Snake All Audio Short Video, 44 Minuten. Wahnsinn. Ja, ich kann auch kurz und knackig. Geht zum Händler, hört euch das Ding an und überlegt euch, ob ihr so einen Sound cool findet oder nicht. Wollt ihr Bier mit Apfelgeschmack oder wollt ihr die coolsten Bieren? Da ist die Frage. Wenn ihr keine Bieren mögt, hat sich das schon erledigt. Aber wenn ihr Bieren mögt, dann könnte das eine ernsthafte Option sein. Finde ich zumindest. Ich bin sehr begeistert. Ich hatte für mich in meinem Kopf, ich war großer Vadia-Fan, ich hatte Vadia sozusagen deren Ansatz schon abgehakt und habe gedacht, naja, das war halt mal, das gibt es nicht mehr und einen gebrauchten Vadia musst du dir nicht kaufen, weil die sind irgendwann in großen Mengen alle abgeraucht. Das war nicht so richtig toll. Also einen gebrauchten Vadia würde ich mir in tausend Jahren nicht kaufen. Und ich hatte dann einfach dieses Thema für mich so ein bisschen abgehakt und habe gedacht, naja gut, das gibt es nicht mehr, das war mal, das war cool, das war eine interessante Zeit, das waren schöne Geräte und wie gesagt, mit dem New Prime bin ich wieder in der Zeit. Da bin ich wieder da, dass einfach mal jemand außerhalb der Box denkt, die man ihm so hinstellt. Das finde ich halt auch immer gut, wenn Leute einfach mal so eine Grundsatzfrage stellen und sagen, ja, ihr tut alle so, als wäre das und das und das Gott gegeben. Aber das ist nicht Gott gegeben. Wir haben die Möglichkeit, alles zu ändern. Wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, nein, das akzeptiere ich so nicht. Wir machen das anders. Da kommt oft Schwachsinn bei raus, da kommen aber auch manchmal tolle Sachen bei raus und ich finde, bei New Prime, so wie die das umsetzen, Astrein. Finde ich super. Finde ich super. Lohnt sich definitiv, sich das anzuhören. So. Gehabt euch wohl und Glück auf und all das, ist ja eh klar, aber in diesem Fall jetzt natürlich auch noch ein frohes Fest. Ich wünsche euch wirklich ein frohes Fest und lasst es euch gut gehen. Futtert viel zu viel. Also ich, ihr müsst mindestens zwei Kilo zunehmen, sonst war das kein gutes Weihnachten. und wir hören uns in dem Sinne. ein frohes Fest. es ist ja auch